Tour der Ländle Heute geht es zur Grabkapelle auf dem Württemberg. Die rund 13 km lange Strecke, der Streckenverlauf, hier der Start, und dann noch das Wetter. Okay, der Schirm bleibt zu Hause, let's go! Rief her! Rats pass auf! Pratt пока- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020